so da bin ich wieder ich hänge jetzt noch eine runde dran der kleine 8 sg runde ja weil die 24 sg und die hat nicht gereicht die hat mir nicht gereicht ganz sicherlich so spielen leider nur auf pirate bay wir hätten die chance gehabt auf dieser neuen web zu zocken aber hat dann doch nicht so geklappt kann mich dann die entscheiden wo ich dahin gehe und gleich bin ich wahrscheinlich schon tot okay ja das ist klar gleich werde ich direkt weg wie ist es denn da hinter mir gewesen habe ich nicht geschlagen wahrscheinlich weil er nichts hat wahrscheinlich wieder nichts hat jetzt kommt aber jetzt kommt da die 8 sg runde da gefällt mir gerade schon viel mehr die 8 sg runden sind auch um einiges einfacher weil da nicht so oft so teams sind ähm ja und die facken einen dann ab verbrauchen deine ressourcen und dann kann man da nichts tun ja okay der hat nichts aber ich muss ihn töten später wird er mich noch hart abfacken wenn ich ihn jetzt nicht küll ähm das muss man sich immer denken entweder man killt ihn jetzt oder man lässt ihn und er wird einen später voll abfacken er weiß dass er nichts machen kann deshalb bleibt er stehen und wirkt so als wäre er freundlich aber dann schlägt dazu später so ist das bei den leuten so ist das jo ok ähm jetzt auf einmal finde ich die ganzen working benches ja genau letzte runde war einfach nichts jetzt auf einmal finde ich das ist auf jeden fall krass mhm die euro fach er hat mich ja noch fast sind verset ich weiß nicht welchen tun soll eigentlich müsste ich jetzt abhauen ja ich bin tot ganz klar bin ich tot der haut mich jetzt alter noch einen zerberstet ich dachte schon das war eben sowas von unlogisch eigentlich dass ich dennoch krieg jetzt aber schnell der andere kommt nämlich wahrscheinlich jetzt gleich so alter ich habe schon vier kills ich habe schon vier kills jetzt verarschen ich habe einfach schon vier kills naja ich weiß ja eine unter den dings der andere da in zwei im haus so jetzt kommt fünf kills schaffe ich doch in der wunde oder fünf kills schaffe ich fünf kills wo muss ich dafür hin wo muss ich dafür das ist jetzt nur die frage alter okay es leckt gerade aber egal das ist mir ist egal manchmal leg ich auch um dann kennen die mich auch mir ist egal der eine hat halt eben jetzt pech gehabt aber gut das ist ein team da oben wenn ich die schaffe ja alter kommt bitte sieben kills bitte sieben kills in der acht sg runde das würde mir jetzt den tag retten wenn der jetzt nicht so behindert ist und mich darunter schlägt ja sieben kills in der achte sg runde willst du mich verarschen willst du mich verarschen sieben kills das war es auf jeden fall das war es dann für heute ähm jo war auf jeden fall eine geile runde sieben kills in der achte sg runde erlebt man nicht alle tage und dann würde ich auch schon sagen ciao bis zum nächsten mal vielleicht ist bis dahin ja diese badwars 2.0 schon richtig draußen dann kann ich das mal probieren aber ich schätze es mal nicht dass es noch so ein paar sachen so ein paar wochen oder so vorlaufzeit hat auf jeden fall werdet ihr hören von mir wenn das dann zur verfügung steht sozusagen ja und bis dahin würde ich sagen ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal